Hi. Mittlerweile ist echt krass. Mittlerweile bin ich nämlich echt auf gefühlt jedem Server gegangen. Deswegen habe ich einfach letztens im Stream den 200-Tycoon-Move gemacht. Anstatt, dass ich nur den 5M-Server trolle, habe ich noch ein paar Leute auf dem Discord auf den Arm genommen. Ja, kann. Falls ihr mehr von diesem Format wollt, liked einfach das Video. Das ist mir zu viel Beinarbeit. Die ganze Rumrennerei. Hä, wie kann ich mich denn hier einfach mal kurz hinpflanzen? Meine Herren. Können Sie bitte damit aufhören? Oh, sorry, sorry, sorry. Habt ihr den denn schon durchsucht? Eben im Hut noch nicht. Einmal aufstehen. So, Digga, weißt du was? Kannst du jetzt mal aufhören? Was sie da machen? Achso, sorry. Wie brecht das denn ab? Das ist das Problem. Dritter Finger. Dritter Finger, mein... Aber ich bin ja gefesselt. Das ist das Problem. Bist du irgendwie... Wie hast du es denn hingekriegt, so hinzugehen? Ey, ihr seid die größtesten Typen, die ich je getroffen hab. No choice, no. Können Sie doch nicht schrammen auf, Randy. Ich hab's glaub ich jetzt hingekriegt. Nonononononanononononononononon. Der verarscht uns hier grad, gell? Ja, macht das! Hat jemand ne 1031? Ja, ihrтов성이 an. Äh ja... Okay perfekt! Es funktioniert grad irgendwie alles nicht so ganz Ah okay, jetzt halb ich einen prüfen... Manchmal den nächsten.. Ne, dann nicht... Haben sie's jetzt mal? Ne, ich- ich kann ja nur was anderes machen, aber ganz aufhören geht nicht. Sie gehen über den.. Dritter Finger? Oder über den L-Muskel... International69 Aber der dritte Finger klappt halt nicht! Ist das nicht ein ferrowskier Fach aus? Ja ist es auch.. Können sie jetzt mal damit aufhören oder so. Moment. Luftgaming. Wow. Stark. Stark, Jungs. Hallo? Ja. Wieso werde ich ihn jetzt gefesselt? Leute, wann geht es denn jetzt zur Wache? Leute? Warum wurde ich ihn gebannt? Ich mache Chin-Ups in der Luft und der Typ... Auf den. Er war richtig mad. Wo kann man sich hier entbannen? Ich möchte mich entbannen. Ich wurde zu Unrecht in GTA-RP gebannt. Hallo? Hallo? Äh, Mann. Ach, jetzt. Herzlich willkommen im Support vom GTA-RP. Was kann ich für Sie tun? Äh, hallo? Ja? Äh, ich wurde gebannt. Äh, das ist jetzt auch nicht wirklich mit einem guten Grund. Machen wir auch einmal Bildschirmübertragungen an. Das ist die falsche, glaube ich. Er kann. Er kann. Er kann. Irgendwann später. Er kann. Wieso wurde ich denn jetzt gebannt? Verstehe ich nicht so ganz. Mach mal bitte, versuch mal zu joinen. Auf den Server? Ja, damit ich einmal sehen kann, äh, was der Bankgrund ist. Sofort. Wieso ist denn meine Cam jetzt an? Weiß ich nicht. Äh, wie mache ich das denn aus jetzt? Keine Ahnung. Ich war noch nicht so oft auf Discord. Sonst kann ich dir hier so oben hin platzieren, solange. Ja, wie gesagt, du musst gleich nur einmal, äh, Bildschirm zeigen. Ja? Wann, wann wurdest du denn gebannt? Äh, ich wurde GTA, äh, in GTA Roleplay gebannt auf dem Server. Ja, aber wann? Wann war denn der Band? Heute? Ich, äh, hallo, ich wurde, äh, Dingens, was geht? Was ist denn jetzt schon groß? Ich wurde gerade gebannt. Warum? Ich weiß nicht. Also, äh, da, ich glaube, das stand als Grund Fail-RP. Ich muss einmal gucken. Ich kann das so schlecht lesen. Ich muss jetzt noch mal neu starten. Oh, Alter. Ich muss jetzt mein, äh, mein 5M neu starten. Ja, ich bin super wieder da. Jo. Das steht jetzt wegen, ne, doch nicht Fail-RP. Was steht da? Gebannt. Für drei Tage wegen steifem RP, was auch immer das sein soll. Äh, von wem wurdest du denn gebannt? Müsst du da auch noch mal dabei sich stehen. Äh. Cracky, der Bastard. Hallo? Ja, einen Moment. Weißt du, was stand da als Bankgrund? Äh, steifen-RP, was auch immer das sein soll. So, habe ich jetzt auch nicht wirklich ganz verstanden. Ich verstehe es auch gerade nicht, deswegen. Jetzt haben wir die Scheiße, ne? Keine Ahnung, jetzt haben wir die Scheiße so. Kein Plan. Ja, wie gesagt, ich bin gerade dabei. Jetzt fängt es so richtig an. Jetzt wird es so richtig scheiße, Alter. Meine Fresse, Alter. Jedes Mal. Jetzt wird es so richtig kacke, Alter. Das ist auch immer das Problem. Man ist auf einem Server und dann wird es auf einmal richtig kacke, immer. Irgendwas kommt dann, was kacke ist. Keine Ahnung. Ähm. Hast du bei dir da ne... ID stehen? Ey, das wird dann immer kacke. Kein Plan. Ich brauche mal von dir deine, äh, Spieler-ID. Äh, ja, ich muss einmal gucken. Am besten ist, wenn du die Kamera... Ist die Namen, oder? Ja, drehe mal am besten einmal die Kamera auf dein Bildschirm, wenn das geht. Dass ich einmal, dass ich einmal diesen Bann sehe. Ja, jeden Moment. Äh, wo mache ich das denn jetzt? Da willst du unten guckst, bei dir im Discord, da steht Bildschirm übertragen. Hm. Ja. Und dann gehst du einfach auf den Bildschirm drauf, wo 5M ist. Ich will das irgendwie nicht. Hm. Warte. Hm. Wieso bin ich denn jetzt gebannt? Ja, ich bin mal sofort wieder da. Junge, was? 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 Was?